Deadpool and Wolverine Und seien wir ehrlich, das ist der meist erwartetste Film dieses Jahres und es wird ganz sicher am Jahresende der mit dem höchsten Umsatz sein. Es ist obendrein der einzige Film, den Marvel zum Thema MCU in diesem Jahr rausbringt, was ihm dann glatt ein gewisses Alleinstellungsmerkmal und eine gewisse Aufmerksamkeit zukommen lässt. Und es ist ein Film im weitesten Sinne von und mit Ryan Reynolds, der natürlich Experte ist, wie man so ein Ding entsprechend aufzieht, das heißt mit Setfotos, mit Gerüchten und Sonstigem, ist schon im Vorfeld wahnsinnig viel zu diesem Film gezeigt, gesagt worden und man geht mit ganz viel Erwartungen und Vorfreude ran. Zumindest habe ich so den Eindruck, wobei ich selber nochmal betonen muss, ich selber mag Ryan Reynolds so als Typen und auch Auftritte von ihm. Seine Deadpool-Nummer kann ich nicht leiden, die erreicht mich humoristisch überhaupt nicht. Und die ganze Sache, dass Deadpool jetzt irgendwie ins MCU rübergeholt wird, ich verstehe es natürlich aus wirtschaftlicher Sicht, aber mich hat das alles nicht sonderlich angesprochen und interessiert. Und ich muss an dieser Stelle aber jetzt auch erstmal wieder eine Regel vorschieben, weil der Film hatte jetzt einen Tag vor Deutschland statt erst eine Pressevorführung, da war ich nicht dabei. Ich habe ihn jetzt am Starttag in der Nachmittagsvorstellung gesehen, das heißt zum Zeitpunkt, wo dieses Video kommt, dürften die meisten Leute ihn zumindest noch nicht gesehen haben und ich bin sicher, dass es über viele Dinge aus dem Film sehr bald offene Internetdiskussionen gibt und dann werden die Hemmungen und Hüllen fallen, aber ich halte mich jetzt hier sehr knapp, denn der Gag des Films steckt im Titel Wir haben Ryan Reynolds wieder als Deadpool und man dreht die Zeitebenen und Paralleluniversen so, dass er ein Team spannt mit Wolverine. Also Hugh Jackman, der in die eigentlich begrabene Rolle zurückkehrt. Und das ist bekannt und ist natürlich kein Spoiler, aber habt ihr euch auch im Vorfeld mal gefragt, was die zwei dann machen sollen? Reicht es einfach, einen Film zu sehen, in dem die beiden Waffen und Klingen schwingen, sich durch Gegnermassen kämpfen und dabei noch dumme Sprüche austauschen? Denn das ist das eigentliche Problem für mich. Ich habe in diesem Film zu keinem Zeitpunkt eine wirkliche Story gefunden. Ich will, wie jetzt gesagt, auf den Inhalt gar nicht groß eingehen, weil es so gering ist und auch schon in den Spoiler-Bereich viele, welches Grundszenario da aufgebaut wird. Wir haben Deadpool, wir haben Wolverine, die gelangen durch gewisse Umstände zueinander, haben einen gemeinsamen Gegner und kämpfen dagegen. Und das muss schlichtweg reichen. Ich bin in den Film jetzt mit einer gewissen Neugier reingegangen und versprochen, dass das Folgende jetzt spoilerfrei bleibt. Es gibt eine Menge Geschichten darüber, wer angeblich im Film alles auftaucht. Zum Beispiel, ich habe gehört, dass Daniel Radcliffe mal als Wolverine vorgesehen war und hier theoretisch auftauchen soll. Ich habe gehört, dass man aus alten 20th Century Fox Produktionen Figuren zurückbringen will und zum Beispiel Jennifer Garner im Film noch einmal aufkommen soll. Und ich bin jetzt wirklich mit einer großen Neugier an den Film rangegangen, um zu wissen, wer von diesen genannten Leuten taucht auf, mit wem habe ich gar nicht gerechnet und so weiter. Und jetzt am genannten Beispiel, ich kenne jetzt die Antwort, ich gebe sie euch nicht. Aber wenn Jennifer Garner auftauchen würde, ja, ist das schön. Wenn sie nicht auftaucht, bin ich nicht enttäuscht, sondern war halt nicht so. Und das zieht sich durch den ganzen Film und das ist auch die größte Stärke, die Cameos. Ich sage nicht wer, ich sage nicht wie viele, ich sage nur, es sind viele. Und es sind stellenweise wirklich so überrascht guckende Momente, weil ein paar hatten mich zumindest im Vorfeld nicht erreicht. Und es ist wirklich der größte Gag des Films, wer hier in welcher Rolle wann wie, mitunter kurz, mitunter sogar ein bisschen länger, ins Bild marschiert. Und das ist aber, wenn man genau überlegt, eigentlich nicht das, was ein Film ausmachen sollte. Der Film hat eine Lauflänge von 127 Minuten. Deadpool gewohnt, gibt es einiges an Gewalt und Splatter, auch direkt in der Eröffnungsszene. Das stellt jetzt keine neuen Maßstäbe her oder bringt keine Rekorde. Es ist halt nur, dass es jetzt unter der Marke vom MCU läuft. Und für MCU-Verhältnisse ist das, was hier an Blut aus der Leinwand tropft, dann doch ganz amtlich. Denn die Chemie zwischen Jackman und Reynolds, die ja wohl im wahren Leben Freunde sind, die ist gegeben. Wobei ich immer noch finde, der Film gibt keine wirkliche Möglichkeit, eine Story zu entwickeln, weil gerade die Figur Logan, die ja eigentlich recht tragisch ist, die funktioniert für mich eben eingebettet in eine entsprechende Story. Und hier nur als Stichwortgeber, und um finster zu grummeln, da ist es relativ wenig. Ich sag's mal so, es gab Top Gun, und dann gab es als Spoof-Movie dazu Hotshots. Es gab Scary Movie, und es gab als Spoof-Movie Scary... Ne, es gab Scream, und der Spoof-Film war Scary Movie. Und hier ist es für mich so, dass wir das ganze Marvel-Thema haben, und Deadpool & Wolverine ist für mich der Spoof-Film von diesen, der sehr viele Dinge sehr schön anpackt, in gute Gags packt, und sicherlich die Zuschauer, die vor allem die, die darauf hingieren, absolut zufriedenstellen. Für mich war es aber eigentlich ein zwei Stunden langes Meme. Ich hab den Satz von Dominic Porschen gelesen, der gesagt hat, im Grunde ist der Film ein langes Meme, und kann mich jetzt nur darauf berufen und sagen, das stimmt. Weil im Grunde ist es der Trailer auf Spielfilm-Länge, kurze, knappe Gags, keine lange Handlung. Und ich entziele mich jetzt hier einer Wertung am Ende. Ich glaube, ich werde auf Letterboxd eine machen, aber ich habe keine Lust hier, die Diskussion darüber rauszugeben, weil es ist letztlich egal. So viele Leute erwarten diesen Film, werden ihn sich anschauen und werden wahrscheinlich auch amüsiert und zufrieden da rauskommen. Ich selber setze den jetzt mehr in den Kontext. Es hieß damals beim Miss Marvel, der sich ja da diverse Fernsehszenen mit reinzog, dass man hier schon langsam das Marvel-Abitur braucht. Und hier braucht man mit der V-Kenntnisse der ganzen 20th-Century-Fox-Filme und so weiter mittlerweile regelrecht einen Uni-Abschluss. Und ich weiß nicht, ob das Kino ist in dieser Verästelung, in dieser Verzweigung, wie ich es noch sehen möchte. Aber letztlich geht die Frage an euch über. Habt ihr den Film gesehen? Findet ihr das Thema interessant? Habt ihr Spaß daran? All das und was auch immer euch einfällt, haut es rein in die Kommentare unter dieses Video. Also ich rate von diesem Film nicht ab, aber ihr seht, die pure Begeisterung springt bei mir nicht über. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Kommentar da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.